Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen, ja man kann auch sagen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Und ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.630 US-Dollar. Wir hatten noch keinen großen Abverkauf, der Pump hat etwas nachgelassen. Und wie es jetzt weiter geht, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten heute Abend, 19 Uhr wie immer, Livestream, wer Bock hat, gerne vorbeischauen. Lasst den Video ein Like da, abonniert den Kanal, lasst gerne einen Kommentar unten für den Algo und macht auf jeden Fall die 2.000 Abos voll. Wir stehen kurz vor, oder ich stehe kurz davor, 2.000 Abos hier auf YouTube zu erreichen. Also würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal weiterhin unterstützt und eben Like, Kommentar und Abo da lasst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir durch mit Bitcoin, Ethereum. Wir schauen uns die Indizes an und was heute auf jeden Fall noch interessant werden könnte. Und wir fangen an mit Bitcoin, wie gesagt 20.600 US-Dollar. Momentan circa, wir sind aus diesem Rising Redge seitlich ausgebrochen. Nicht wirklich wünschenswert. Auf was ich jetzt vor allen Dingen achte, ist, ob wir hier nochmal diesen Volumenpeak, den wir hier oben hatten, bei ungefähr 21.000 US-Dollar hatten, ob wir uns den nochmal holen. Das wäre nämlich momentan so eigentlich das Wunschszenario. Plus, wir haben ja auch noch hier drüben diese Ineffizienz, das ist hier in gelb dargestellt, die genau bis zum 0.65er Fibonacci Retracement Level geht. Das heißt, ich würde mir wünschen, ich bin zwar schon in einem Short-Trade drin, der mittlerweile Stop-Loss-Entry ist, aber ich würde mir wünschen, ganz ehrlich, dass wir hier nochmal hochkommen in diesem Bereich, einfach um die 21.000, 21.200 US-Dollar, die Ineffizienz schließen, ein höheres Hoch mit deutlich weniger Volumen hinkriegen und dann, sage ich mal, die Trendwende zumindest in den Bereich der 20.000, 120.200 US-Dollar zu kriegen. Wir ziehen uns jetzt gleich nochmal mit das Fib-Level dazu, einfach um zu gucken, wo dann der nächstmögliche Support wäre. Sollten wir hier hoch nochmal kommen, wären wir bei ungefähr 19.800 US-Dollar, gehen wir vom jetzigen Stand aus, wären wir bei ungefähr 19.700 US-Dollar. Aber gleichzeitig würde, das haben wir ja gestern schon angesprochen, den ehemaligen Widerstandsbereich zu Support flippen. Dann, was wird heute auf jeden Fall noch interessant? Wir haben um 14.15 Uhr die EZB-Zinsentscheiddaten. Das heißt, wie hoch werden die Zinsen erhöht in der EU? Das könnte für ein bisschen Volatilität sorgen. Es ist ja schon das meiste Eingepreis. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut es euch gerne hier diesen Kalender an im Endeffekt. Da sind wirklich nochmal alle Zahlen, da steht es auch Zinssatz 14.15 Uhr. Dann um 14.30 Uhr Folgeanträge auf Arbeitslosen, die ganzen Arbeitslosenanträge. Wird auch nochmal interessant werden, ob die sich exponentiell erhöht haben, wie viele Anträge wurden jetzt gestellt. Und dann kommt auch noch um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP. Die Daten kommen heute auch noch. Also um 14.15 Uhr, 14.30 Uhr kommt wirklich sehr, sehr viel auf uns zu. Darauf bitte achten. PCE-Kernrate-Preisindex kommt auch noch dazu. Also das könnte wirklich heute nochmal volatil werden um 14.30 Uhr. Und dann schauen wir uns gleichzeitig deswegen auch nochmal den Dow Jones an. Dow Jones 30. Auch hier befinden wir uns nämlich momentan in einem Widerstandsbereich. Und zwar auch hier das Golden Pocket von dieser Bewegung bei 34.300 Punkten, jetzt mal aufgerundet, bis 28.500 US-Dollar haben wir das FIP-Level hier gezogen. Und ihr seht auch hier, wir kriegen hier ersten Widerstand rein. Bei ungefähr 32.100 Punkten sind wir hier ins Golden Pocket reingekommen. Wir hätten sogar noch etwas Luft, sag ich mal, in den Puls in Richtung 32.500 US-Dollar zu kriegen, um dann, sag ich mal, später vielleicht nochmal so ein kleines bullisches Momentum zu kriegen, um dann vielleicht möglicherweise hier einen größeren Abverkauf reinzubekommen. Wir sind auch hier ziemlich am Limit, was den RSI anbelangt. Gleichzeitig lohnt sich noch ein Blick auf den DXY, der jetzt momentan eine kleine Trendwende vollzieht. Also klar, wir hatten jetzt die letzten Tage, wir sind durch jeden Support einfach so durchgefallen. Wir sind jetzt aber hier noch auf diesem extrem langen Abtrend. Momentan gebounced, befinden uns direkt da drunter momentan, aber wir hatten immer mal so kleine Phasen, wo es kurz drunter ging und dann sind wir doch wieder hoch. Ich sehe hier erst einmal Potenzial, dass wir zumindest hier in diesem Bereich, wo vorher ein bisschen Support war, dass wir uns zumindest diesen Bereich hier oben nochmal holen, um 110 bis 111 circa und dann möglicherweise einen neuen Abverkaufsdruck kriegen. Das würde natürlich für Bitcoin bedeuten, sollten wir jetzt hier die nächsten Tage bis zum Wochenende hier möglicherweise eine Gegenbewegung reinkriegen, dass wir jetzt nochmal zu Bitcoin zurückkommen. Erst wie wir es gerade im Endeffekt bei Dow Jones hatten, wir holen uns hier die 21.200, kriegen dann die Trendwende und dann möglicherweise Richtung Wochenende, dass wir uns diesen Candle hier bis ungefähr 19.300, 19.400 auf jeden Fall nochmal holen. Hier sind auch ein paar Vector Candles, die könnten wir uns auf jeden Fall dann in ganzem Wochensicht auf jeden Fall noch holen und es wäre auch, sag ich mal, meines Erachtens nach das Bullischste Szenario. Wir gehen hier runter, testen nochmal diesen Bereich und starten dann möglicherweise nächste Woche, sollten wir hier natürlich Support finden, Bullisch in die neue Woche und versuchen vielleicht wirklich hier diesen Bereich um 22.000 bis 23.000 US-Dollar nochmal anzutesten. Weil wir hier oben eben auch nochmal eine kleine Ineffizienz haben, sieht man hier oben ganz gut 22.000 US-Dollar genau, das behalte ich jetzt heute mal am Auge. Also 14.00 bis 15.00 Uhr könnte ordentlich Volatilität reinkommen, behalte das auf jeden Fall im Auge für mögliche Trades. Momentan, wie gesagt, ich bin erstmal shortgerichtet bei Bitcoin und bei Ethereum momentan und wenn wir jetzt schon bei Ethereum sind, sprechen wir das auch an. Auch hier, Rising Reg auf dem 4-Stunden-Chart sieht es gammlig aus, wir gehen mal hier ganz kurz in den 1-Stunden-Chart rein. Dann sieht es ein bisschen besser auch hier seitlich rausgebrochen, aber wir haben auch hier noch diesen Volumen-Peak, den wir hier gebildet haben bei ungefähr 1.590 US-Dollar. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn wir uns diesen Short-Impuls hier oben nochmal holen, ein bisschen nochmal konsolidieren oder in dieser Range weiter verweilen, um dann, sage ich mal, die Gegenbewegung nach unten hin zu bekommen, vielleicht sogar in den Bereich der 1.370 US-Dollar. Das ist momentan das Wunsch-Szenario, einfach aufgrund der Liquidität, die einfach hier drüber liegt, wäre das das Primär-Szenario, dass wir hier nochmal hochkommen. Ich sehe momentan zumindest noch nicht die 1.670 US-Dollar, aber warum ist es interessant? Wir haben einerseits hier oben nochmal unseren Monthly-Pivot R1 hier oben noch rumliegen bei 1.670, wir haben hier oben noch eine Ineffizienz rumliegen, die natürlich auch noch interessant wird. Das heißt, so dieser Bereich um das 0.786er, die 1.670 US-Dollar, wäre dann der nächste mögliche Short-Impuls für mich. Auf jeden Fall sollten wir hier doch noch einen kleinen Abtrend reinkriegen, wäre die Marke hier oben auf jeden Fall für mich ein grundsätzlicher Short-Impuls, ein bisschen Konsolidierung hier und dann vielleicht erst die Gegenbewegung. Also momentan gibt es nur zwei Szenarien, entweder die Zahlen später sind so verdammt kacke, dass wir wirklich in den Bereich erstmal 20.000 bei Bitcoin fallen oder hier jetzt erstmal dann bei ungefähr 1480 Punkten oder die Zahlen sind noch einigermaßen gut und wir kriegen hier zumindest nochmal die Gegenbewegung bei Ethereum in dem Bereich der 1.670 oder bei Bitcoin in dem Bereich der 21.600 US-Dollar und dann erst die Trendwende. Also später auf jeden Fall aufpassen, da kommt ordentlich Volatilität auf jeden Fall rein. So, dann schauen wir uns mal an, Cardano auch hier schön in der Konsolidierungsphase, haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, wenig Veränderung auch hier. Wir traden hier ein bisschen um den 200er SMA momentan. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, ist für mich eigentlich eher ein deutlicher Short-Impuls, aber was wir natürlich auch hier haben, ist einfach diese krasse Volumen-Candle auf dem 4-Stunden-Chart. Wir können uns die nochmal auf den 1-Stunden-Chart angucken, da sieht man es halt auch sehr, sehr viel Volumen da reinbekommen, deswegen ist es für mich momentan noch kein richtiger Short-Impuls, weil wenn wir jetzt hier reingehen sollten in den Short, haben wir einfach das Risk von mindestens 6% und wenn wir dann einfach noch diesen Peak holen, 7% und das sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht, dass wir uns diesen Bereich hier nicht noch holen sollten. Deswegen, das Risiko ist mir persönlich viel, viel zu hoch. Wünschenswerterweise wäre es, wir gehen hier nochmal hoch, konsolidieren dann hier und kriegen dann die Abverkaufswelle ungefähr in dem Bereich der 0,36, 0,37, je nachdem. Wir haben da unten auch noch das Golden Pocket liegen, wir haben den 200er SMA auf dem 1-Stunden-Chart und wie gesagt, wir kämpfen hier auf dem 4-Stunden-Chart auch mit dem 200er SMA und dem 200er EMA momentan als Support, aber der RSI ist sehr, sehr hoch. Also momentan noch kein Short-Impuls, vielleicht sieht es heute Abend anders aus oder ab 14 Uhr, da dann auf jeden Fall auch noch ein Auge drauf werfen. Gut, das war es jetzt glaube ich von meiner Seite, Coin-Wünsche, ah doch, Filecoin wurde sich noch gewünscht, ich will das nicht vergessen, ansonsten heute Abend gerne schauen wir uns natürlich alle eure Altcoin-Wünsche ab nochmal. Aber im Endeffekt hier haben wir das gleiche Spiel, auch diese krasse Peak-Candle momentan noch, die aber schon gefüllt wurde, sage ich mal hier oben mit Liquidität. Also hier würde ich jetzt nicht mehr unbedingt warten, dass wir hier nochmal diesen Impuls kriegen und wir sind auch hier rejected worden am 200er SMA. Von den Prozenten her kennt ihr ja ungefähr 3-4% immer, 200er SMA kann man im Endeffekt fast blind shorten, wenn der RSI so hoch ist. Aber da müssen wir trotzdem nochmal aufpassen. Also auf einen 1-Stunden-Chart haben wir uns die Liquidität schon geholt mit deutlich, deutlich weniger roter Candle-Liquidität in der nächsten Stunde. Aber 4-Stunden-Chart könnte nochmal interessant werden, dass wir hier vielleicht doch nochmal möglicherweise hochkommen und dann auch hier zumindest mal in den Bereich der 5,04$ zurückfallen. Auch hier mal ganz kurz der Blick mit dem Fibonacci-Retracement-Level, ob das ungefähr passen würde. Da wären wir so bei ungefähr 5,13. Aber hier unten, diese Candle sieht schon sehr, sehr verdächtig aus, einfach um diesen ganzen Pump wiederum zu füllen. Dann korrigieren wir das nochmal ganz kurz, ob hier auch ein mögliches Rising-Redge. Also wir sehen hier auf jeden Fall die höheren Hochs im Chart mit einer Bearish-Divergence auf den 1-Stunden-Chart. Rising-Redge eher nicht, eher so ein Rising-Broadening-Redge. Aber wie gesagt, mit Pattern wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn dann, dass wir hier einfach nochmal hochkommen, Doppeltop bilden und dann die Trendwende nach unten hin fortsetzen. Gut, das war es von den Charts. Gucken wir uns noch ganz kurz die News an. FTX-Chef kündigt Entschädigung für Opfer von Phishing-Angriffen an. Ja, ich weiß nicht, wer bei euch FTX unterwegs ist. Gerne mal den Artikel durchlesen, wenn ihr da irgendwie betroffen worden sein solltet oder so. Schaut es euch gerne an. Ansonsten hören wir uns heute Abend um 19 Uhr, wie immer, auf meinem Kanal mit Livestream. Wenn ihr Bock habt, irgendwelche Altcoin-Wünsche gerne und in die Kommentare reinschreiben. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, damit wir die 2000 Abos voll machen, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten hören wir uns dann heute Abend bzw. morgen früh wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!